Cyberport präsentiert den Bose SoundLink Revolve Bluetooth-Lautsprecher. Mittlerweile können kompakte Bluetooth-Lautsprecher beim Thema Klangqualität bereits mit normalen Soundanlagen konkurrieren. Der Bose SoundLink Revolve zum Beispiel eignet sich sowohl für die Beschallung Ihres Wohnzimmers als auch Ihres Gartens. Der zylinderförmige Lautsprecher ist überwiegend aus stabilem Aluminium gefertigt und in den Farben schwarz und weiß erhältlich. Dank des wasserabweisenden Gehäuses und der gummierten Unter- sowie Oberseite, die für mehr Grip sorgen, eignet sich der Speaker auch für den Einsatz im Freien. Der nach unten gerichtete Schallwandler und der Akustikreflektor, der die Schallwellen rundum in alle Richtungen verteilt, sorgen für satten 360-Grad-Sound. Weiterhin stehen Ihnen eine Freisprech- und die Sprachsteuerungsfunktionen via Siri sowie Google Now zur Verfügung. Die Musikübertragung erfolgt per Bluetooth, Micro-USB oder Klinkenbuchse. Über die Bose Connect App für iOS und Android erhalten Sie Zugriff auf Steuerung und Einstellungen des Lautsprechers. Außerdem lassen sich mit Hilfe der App zwei Mobilgeräte gleichzeitig mit Ihrem Speaker verbinden. Der SoundLink Revolve kann entweder über ein Netzteil betrieben werden oder Sie nutzen den integrierten Lithium-Ionen-Akku. Der Bose-Lautsprecher bietet dabei eine Betriebslaufzeit von bis zu 12 Stunden. 360-Grad-Klang für unterwegs oder zu Hause. Dank des Bose SoundLink Revolve Bluetooth-Lautsprecher.